Kater! Also, ich glaube, ich denke nicht, ob die oben oder unten war. Ich denke, hier in der Hohenliebe. Von der Position! Von der Position! Ich meine, wir schauen, aber nicht das. Alter! Ja! Ich komme gleich mal wieder oben, oder? Ich komme gleich mal wieder oben, oder? Du sagst nur aus Deutschland! Du kommst mal wieder oben! Ja, das war ein sauberer Wald! Normalerweise wegen dir kannst du nachhauen. Aber ich mache das Bild, wenn du los bist. Der gibt, ne? Komm! Mach mal sechs. Okay! Alles klar! Ja! 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 Ich sehe das! C6! Correct! Passt das schon! Weiteregel! Ja, 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 denn du bist du! Spekt! Ja! Das ist auch da niedrige. Was sind die. Nicht selbst von den Baum, aber nicht mehr. Nicht selbst von den Baum, glaube ich, wer du so alles verstanden hast. Oh, nein. Oh nein. Du alte Hirsch. Ja. Süßes, Süßes! Ah! Das macht's. Okay! Süßes! Süß! Süßes! 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 Ja, verdient, oder? Ich bin der Freiburg, Albert. Ich bin der Rest. Wie man hier ein bisschen zaubert. Ist der Ball so gut? Da. Gehen einfach zu viel Spiele in der Leben hat. Immer auf dem Arsch legen. Kennt ihr genauso? Er war halt immer besser, der Sack der Hände liegen. Halt! Wollt ihr schon da, oder? Schade, oder was denn? Wenn wir bedenken, dass der im zweiten Satz 8, 3, 4 und 9 verloren hat, vielleicht hätte ich es 3, 1, oder? Blätsch. Wie kann man so leisterlich sein? Sieben Bälle für ihn. Und das für eine neue Nacht. Ein zinsspitzender Spieler. Jaja, er hat gute Belege drauf. Ohne Schwamm. Ein Obstiel auf. Und den muss der alles ein bisschen raus haben, wie der Ball reagiert, oder? Er ist ja gut, und sonst hat er nicht 15,50. Scheiße! Ach. Vielen Dank. Vielen Dank.